Wir wissen auch noch mal eine Frage zum Trainingsgelände, ob das am FC Bayern Campus ist. Sandra, das ist nicht der Fall. Das Trainingsgelände ist an der legendären Säbener Straße. Jeder, der in München wohnt oder im Umkreis und auch alle Bayern-Fans kennen das. Es ist ein ikonischer, ein historischer Platz, will man schon fast sagen, wo der FC Bayern hier angesiedelt ist, eigentlich mitten in der City. Und ich sage es immer wieder hier in diesen Livestreams, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann schaut hier einfach mal vorbei. Auch wenn kein öffentliches Training ist, kann man mal eine Runde ums Vereinsgelände drehen. Hier hinter mir seht ihr es, da ist ein bisschen so eine Böschung, das ist ein Wald und dort oben führt ein Weg entlang. Den kann man ganz normal ablaufen.